So, da geht es jetzt weiter. Oh. Hier raucht alles. Warum? Ich bin mal weg. Ähm, gut. Viel Spaß. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messerbe. Aber die Dame und ich sind... Ah, der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Umkane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Kazo hatte noch sechs andere. Also, was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, Kesegatura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Okay. Der vierte Teil der Welt. Sofias Paket ist in einem roten Tuch angewickelt. Besorgen sie es für sie. Okay. Ja, volle Synchronisation ist schwierig. Ah, versuchen wir es tun. Da war Duccio. Der Kazo. Ähm, was mache ich denn jetzt? Ich gehe, glaube ich, mal hierher. Könnte gut sein. Unbemerkt wird schwierig. Ähm. Da ist irgendwo einer. Nicht nur einer, zwei. Fuck it. Okay, die haben mich nicht gesehen. Gut. Schwimmen wir mal zum Schiff. Ist da eine? Nein, wir sind alle auf dem Schiff. Boom. Geh doch da hoch, Ezio. Geh mal runter, Ezio. Runter. Jetzt ja. So, weiter. Noch ein Stück runter. So. Wo ist die Luke? Also, da. Ich würde jetzt gerne die Assassinen rufen. Die sind aber zu auffällig. Ich hatte einer gesehen. Wer hat mich denn da gesehen? Ich müsste den da am besten mal eliminieren. Komm mal hierhin. Scheiße. Bringt ihn zurück. Geh. Arschloch. Toll. Haben die mir die Tour vermasselt. guck mal. Das ist ein komischer Kamer. Guck mal. Tut mir nicht leid. Ach, warum habe ich keine Rauchbombe genommen? Echt dämel, ey. Das war mir jetzt erst eingefallen. Scheiße. 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 Aber ist jetzt auch egal. Ich habe hier schon noch aufbombe genommen. Alles vernebelt hier. Das ist nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Nein. Hier vielleicht. Sofia Sartore. Perfetto. Ja, mach mal weg. Nimm. Hast du genommen? Ja, ja, ja. Ähm. Hier war da noch einer. Halt du da. Platsch. So. Dann wollen wir doch mal fliehen. Aber ohne Scheiß. Ich hätte da mal eine Rauchbombe nehmen sollen, ey. Dann hätte ich alles hundertprozentig geschafft. Aber jetzt wisst ihr ja, was ich hätte machen sollen. Ach, ärgert mich. Aber egal. Egal. Können wir bringen zum Buchladen. No Problem. Aber das Buch wird doch jetzt nass, oder nicht? Oder was auch immer da ist. Aber ist wohl egal. Was ist denn jetzt los? Hier komme ich bestimmt nicht raus, oder was? Ja, genau. Bestimmt. Nein, ich will gar nicht untertauchen. Oh, oh. Gut. Ich dachte schon. Wenn sich irgendeine Mission jetzt gestabelt hätte. Aber geht ja eigentlich nicht, weil ich das schon habe. Ach, da ist ein... Schwarzhändler. Und schwarz. Markt. Händler. Geht doch mal an die Seite. Weg. Geh ich rein. Okay. Dann bist du auf der Seite des Guten, oder was? Ähm, okay. Hier rüber. Halt der Maul, ich bin weg. Ach, der hält sich nämlich der Nächste, ey. Aber nicht mehr lange. Was hast du dabei? Oh. Guck mal her. Ähm. Tschüss. Schlaf schön. Wurfmesser, ja. Ja, ich sollte mir vielleicht aus... Stinkdrüsen-Extrakt da, ey. Oh. Nein, ich brauche euch im Moment nicht. Der gewinnt. Ich bin sogar sehr zufrieden, wie er sich entwickelt hat. Oh. Das soll man nicht. Bitte Gott. Lass mich. Ach, bitte Gott. Ey, wie... Der ist jetzt auch gehört? Das passt irgendwie nicht. Hey, muss ich etwa die Wachen? Mal rufst du, die Wachen sind die ganz schnell tot. Hoppala. Abschaum. Bitte dich. Das war wohl gerechtfertigt. Ähm. Hoppala. Du kannst dir nicht machen, das nieder mit dir. Kann nicht wohl. Ach, ihr. Bitteschön. Ein Mörder. Ich muss gehen. Ein Mörder. Ich bin schnell weg. Weg. Nicht zieh weg hier. Ich bin ganz schnell weg. Sophia, ich bin... Die. Gib mal Unterschlupf. Bitte. Bitte. Hilf mir. Hilf mir. Ich bin ganz schnell weg. Madame Miguela Sofia Sator. Libraia. Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, no? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messiere Amerigo Vespucci. Arme Christopher Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht. Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen. Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Per que, Ridi? Vergebt mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott. Wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sofia. Ich komme zurück. Gut. Da geht es gleich. Oh, wir sind schon. Ja, kann man jetzt so oder so sehen. Ich habe es hundertprozentig in Gedanken gehabt, aber nicht in Wirklichkeit. 4.800 jetzt? Geil. Ja, hoch. Ich glaube, bei einem so ein Turm muss man auch in wenigen Sekunden schaffen, dann kriegt man eine Turfee. Ich weiß nicht, bei welchen. Ich glaube, bei einem so ein. Ich glaube, das war noch ein größerer. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, hier war es noch nicht. Geht dann weiter hoch. Ach, da ganz oben. Gut. Gucken wir mal nach. Zeichen und Symbole. Teil 1. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe der Hagia. So, 4 versteckt. Hinweise zum Versteck eines Masseff-Schlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole und was und? Ja, genau und. Um es zu entdecken. Mach mal. Welche wollen wir hinkriegen? Ich weiß auch genau, wo das ist. Da. Das ging schnell. Ja. Und springen wir. Ja. Ja, hoch. Ja, hoch. Stell's echt dämlich an, Ezio. Ach, ich dachte schon, da wär einer, ey. Da ist es. Da ist es. Musik